Hallo, mein Name ist Doris Rieglia, bin 35 Jahre jung, alleinerziehende Mama, von Beruf Friseurin, selbstständig seit 15 Jahren. Ich arbeite seit 2013 mit PM und jetzt habe ich mein erstes Firmenauto bekommen, einen BMW X4. Ich sage es euch, das ist ein Traum, ein Fahrgefühl, das ist unbeschreiblich. Also Leute, bei welcher Firma kannst du dir einen BMW erarbeiten? Nicht in der normalen Wirtschaft, zumindest bei mir nicht in Österreich. Also seid dabei, ihr habt genauso die Möglichkeiten, ihr habt genauso die Chance, fragt mich einfach wie es funktioniert. Ich zeig es euch und gemeinsam können wir etwas erreichen. Toi, toi, toi!